So, da sind wir wieder. Und es geht weiter. Ai, 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 ai. Irgendwann haben wir fast schon entdeckt worden. Ob wir Stand-Owner hier nochmal rauskommen? Ah, auf mir mal die Waren rum. Ist das bitter, ist das bitter, ist das geil, ist das schwer? Das ist nur auf normal. So, da ist der Brunnen. Da müssen wir irgendwie reinkommen. Super. Ah, da gibt es überall die Wege hier, sehr schön. Wo bin ich jetzt? Da sind die zwei Affen. So. Ich komme hier weiter. Ich habe gerade null Plan. Wir könnten die Fackel noch ausmachen, dann wäre hier fast komplett dunkel. Dann wird die Fackel noch ausmachen. Dann wird die Fackel noch ausmachen. Und... Zack. Ich bin hier unten und habe das Artefakt wahrscheinlich gefunden und der Typ sieht Er hat irgendwas gehabt, EP Nein, das war die, was zum Teufel? Artefaktzone, Aufzug, wir müssen da rein und da unten, das war es oder was, sonst müssen wir hier durch oder? Jetzt sind wir hier, uh, da sind wir vorhin, na scheiße, super, gut zu wissen, aber den Weg hätten wir uns echt sparen können jetzt, weil die Versuche sind ja mal fast draufgegangen, hier reinzukommen und nur, dass wir da so eine Scheiße da finden, ne, also Wobei, wir gucken mal, ob man hier jetzt, äh, unsere Fertigkeiten tun kann, wir sind jetzt in so einem Versteck, also irgendwie kann man hier irgendwie Fähigkeiten erweitern, da guckt jetzt mal in Richtung der Kollege So, schnell, äh So Hopp Hopp Uh, sieh ich mich nicht, Kollege Heißt, er ist ein Armbruch, Schütze, selbstverständlich sehr schön Und fast können wir uns verstecken, und sobald er da weg ist, genau Ah, das sind die Strecken, ich Idiot Da rein, okay, da rüber, da hoch, da runter Oh Mach mir keine Angst, ey So Speichernack, schön, bitte Hier sind so viele Wachen Da geht's auch weiter Oh, da war einer Hm Irgendwas sagt man, dass das hier nicht gut ist Dann machen wir mal lieber aus Wir speichern mal Wow Kollege, Kollege Nur dein Klon, nur dein Klon kann hier durch Ah, sehr schön Ach, das war eins, war das So, und da durch Sehr schön Und den Hebel Äh, mit Weiher Kinderspiel Was killen wir denn? Wunderbar Hup Ein Kinderspiel Dann, wir gucken mal ein bisschen durch Da ist keiner drin Wunderbar Das heißt, wir können da aufmachen So langsam So langsam geht's So langsam geht's Aber ein Fehler Und Voll am Arsch Einmal aufgepasst Ein Gegner übersehen Ne War's das Wir haben bald 10 so Münzen 5 haben wir schon Von 20 Hm So War's das hier wert jetzt? Kommen wir da jetzt weiter? Nein, hier kommen wir nicht weiter Also wie gesagt Ne Man kann ja überall hin, wo man will Für Nebenmissionen gibt's immer was zu sehen Und zu erreichen Aber Das ist natürlich nicht ganz einfach Das ist die Truhe Gut, dass es keine Dings kostet hier Keine Ähm Wow Ähm Kein Amber Wir setzen uns ein bisschen mit dem Fallen hier Dass man sich da ein bisschen dran festhebt Und da geht's fucking tief runter Die Frage ist, kommt man da runter? An den Ketten Und dann könnte man auf die Ketten Sieht schlecht aus, oder? Ja Nochmal ein Versteck Nochmal eine Münze Das ist alles voll Genau Wobei wir könnten den mal benutzen Und dann hat ein Hemd mal wieder Für einen Klon So Was weiß ich denn, wenn man da hinkommt Ah Rufmesser Was soll man besser vor dem Rufmesser Und dann kann man da reinnehmen Ja Der zeigt uns nur Verstecker Nicht den Weg, aber Ja Ja, ich fahr mal, ob man hier skillen kann Das wäre echt mal geil Wenn man das mal wüsste Ja, ja, ja Dummisch auch, ey So, jetzt gehen wir mal zu der Stange da hin Hat der Arsch mich gesehen, ey Da war Da war vorher keiner Kann ich hier irgendwie Mich hier irgendwie abfangen Okay, nicht Ja, das sind mal ein bisschen So ein paar kleine Sachen hätte ich schon Wo man ändern könnte Aber, wie gesagt Vielleicht kommt es ja auch noch Vielleicht machen sie noch was Ich meine, keine Ahnung So Der Unterspring ist eine schlechte Idee So, kommt mal hier runter Sieht auch nicht so aus Dann haben wir hier eine ganz scheiß Position Ja Da geht es da lang So, da geht es da hoch Ah, ich bin fast tot Okay, ich bin tot Ein Fehler und du bist echt am Sack Ja, da musst du mit schnell schnell Ist da nix Das wäre ein langer Let's Plays, ey Ich bin tot, ich bin tot Ich bin tot, ich bin tot Na, verdammt, der Axte Der schießt auf mich Ja, das ist natürlich Ich komme aus dem scheiß Eck Nehmeh raus, Alice Ah, das ist bitter Irgendjemand müssen wir umbringen Demnächst hier Ich sehe es schon, komm mal Wenn ich wenigstens da schnell hoch Springen könnte Wow Bitte komm nicht runter Puh, puh, puh Der Mist hat mich da eigentlich gesehen Also, ne Aber ich bin halt Magic Wobei, die Klamotten sind recht gut Außerdem sind sie mehr klein und grün Und da kann nicht jeder Ach, da ist nochmal einer Ach, du Kacke Kann ich mich echt Ist natürlich jetzt echt bitter hier unten, ey Eine bittere Pille, sozusagen So, speichern Und rüber, up Oh, da Der Typ sieht mich So Zack Das kann man ja auch rein So Deswegen haben wir ihn umgebracht Ah, ist schon offen Sehr schön Ah, es leckt Ui, ui, ui Kann man Tür zumachen Ich muss echt Zur scheiß Kanalisation kommen Aber das ist hier echt Näh Bei den Sand könnte ich bräuchten Bräuchten Brauchen So Jetzt mal gucken Ob man hier hoch kann Irgendwie In den Haken Dann müssen wir auch das Nein, kann man nicht Okay Müssen wir die Rolle benutzen hier So 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 Wie viel stehen das von dem Blumen Boah, was kannst du da haben, ey? Ach, kacke! So, was bist du denn jetzt hier? Zing! Ah, am Tisch versteckt, sehr schön. So, wo sind wir denn jetzt? Wir müssen hier, gehen wir mal hier hoch, zack! Gibt das irgendein Luftschiff oder sowas? Ich will ja mich da festhalten, also ich kann mich überall festhalten, nur da nicht. Ist ja auch ein bisschen schade eigentlich. Dann gibt es sich so viel Mühe, dann hast du dann genau die Freiheit, die du eigentlich haben solltest, wie auch immer. Ich hätte speichern sollen. Ah, mein Gott. Aber das Ding ist ein Vorsprung, da hält er sich fest, ne? Der Arsch und dann sowas, ey. Egal, ist nichts kaputt, wir haben hier genau gespeichert. Von dem her passt's. Aber so ein bisschen, ne? Ein bisschen Wehmut ist schon dabei, weil es einfach... Na, ich kann doch wohl, dass er da rüberspringen kann, der kleine Homo-Firsch da. Oder da rüber, wie auch immer. Ja, ich bin ein Assassine, so. Aber wir müssen echt mal kurz mal hier... Ah, die können wir verstecken. So, diesmal drücken wir auch E. Zack, und weg damit. Das ist irgendwie zu. Ah! Sieht aus wie ein Versteck. Was haben wir hier? Nichts, nichts, nichts. Ember. Wurfmesser. Ah, okay. Natürlich hocken wir uns doch voll in der Patsche. Weil wir hier irgendwie weg müssen. Ah, die holen mich raus. Aua, aua, die kicken mich. Ah, super. Ah, die holen mich raus aus der Kirche raus. War gut, war eigentlich fast klar. Aber es war natürlich kacke, dass mich... Wäre ich gleich weitergegangen, hätten sie mich nicht gesehen. Somit... Will man mich jetzt schon losgehen? Zack. Der Balle da steht. Lüpfen wir raus und gehen weiter. So zumindest der Plan. Eiech, du... Eiech, 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 Eiech. Ja, wir haben es doch geschafft. Ganz easy. Ja, 71 Meter, woher waren es nur 50? So ne Scheiße, komm, der in die Falschmächung gelaufen. Eieiei, Eiei, Eiei. Okay, diese Markierungen sind ganz falsch. Vielleicht müssen wir nachher genau wieder dahin, wo wir jetzt sind. Ah, für Gottes Willen, okay. Simon, nicht ablecken, aber hier gibt es so viel zu entdecken und so viel zu gucken und so weiter und so weiter. So, bup, bup, bup. Hier ist so ne Statue. Licht aus ist immer gut. So, irgendwie müssen wir da rüber kommen. Da rüber, da rüber und dann da hinten weiter. Ein Zimmergen... Ich darf es nicht sagen, ne? Ich darf es echt nicht sagen. So, runter. Tup, 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 tup. Kommt der Bereich irgendwie bekannt vor? So, ich darf es nicht sagen. Ich habe keine Zeit für die Spiele. Ich zeige euch mal. Sie hat sich auch mal. Okay, dann geht es weiter. Okay, wir gehen zurück auf die Spiele. Jetzt geht es weiter. Oh, da waren wir doch vorhin schon. Nein! So, diesmal aber jetzt ein Eingang hier. Zack, 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 rüber, rüber, rüber. So. Kann aber jetzt so schwer sein hier. Uh! Ah! Da kann man dann praktisch zielen oder was? So. So. Ha! Der Münze geklaut, ist da der da? Ein Messer? Komm, lauf vor, ich mach dich platt, ey. Ey, holen wir uns so den Typ. Und sein Kollege ratzt halt weiter. So. Das ist natürlich bitter, wenn sein Kollege schläft. Du halt verreckschen, ne? Nebendran zwei Meter. So, dann haben wir jetzt. Jetzt müssen wir hier rüberkommen. Wie kommen wir da rüber? So. Ja. Okay. Ja. Gibt's überall so scheiß Wege, ey. Muss nur die Augen offen halten. So, sind wir hier. Du, 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 du. Ja. Also spätestens jetzt würde ich einmal nach oben gucken. Hm. Hm. Mysteriös. Und schon ist dunkel. Aber inwieweit nützt uns das, dass da jetzt dunkel ist? Ups, da leid. Ab und zu hat es mal einen kurzen Wackler, Ruckler, wie auch immer. Wir könnten den umbringen. Ne, wir machen das so. Läuft doch. Es können die nämlich mal. Dann bringen wir gleich den um, weil wir da von hinten rangehen und dann können wir da durchgehen. Was machen wir da? Wahrscheinlich. So, jetzt warten wir hier einfach mal. Schiit. Schiit. Es ist unmöglich, ihn zu finden. Die Frage ist, wie lang steht der da? Wie geht es da lang? Und steht da ne Weile? Wir müssen mal, oder? Sie sind von mir und meine Familie ist da. Sie und meinen und meinen und meinen. Sie haben sich vergessen. Hier ist jemand? Oh, ne! Oh, ne! mir soweit sein. Müssen wir irgendwie da hinten hin? So. Licht aus. Wunderbar. Und weiter geht's. Ja. Oh, shit. Bring your pipes, men. There's monsters that are going on. Come back here, you coward. Come on, little shit. Show yourself. You can't have gone far. Da seid ihr drinne. Na gut, haben wir nochmal die Chance. Oh, das haut sich wieder abgestockt. Oh, das ist ja easy. Wir müssen da hinten irgendwie lang da lang und dann von hinten an den Penner ran. Da liegt auch immer so ein Teil da. Weil der sich umdreht, können wir dann alle Ruhe hin und uns im Dunkeln bewegen und die Lampe ausmachen. Wir haben es geschafft. Brechstange für die Kanalisation. Hier ist der Prybar. A bit big for a key to his sleeping chamber. At last. Ozkan spoke to me of his list of hiding places, which must be here somewhere. I'll take it and get out of here. I got no desire to hang around. Woa, woa. Ah, nein, ich bin doooot. Oh ne, Scheiße. Für eine begrenzt... Ja, ich dachte, das läuft der Ember-Dingens da runter, ey. Nee. Achso, oh, ich dachte schon. War doch unsichtbar. Okay. Selbst im Unsichtbaren ist es nicht so einfach, wie man eigentlich denkt. Okay. Woa, ich hab's geschafft. Speichern! Hopp. Ist das Sand? Nein. Hm. Warum haben sie jetzt alle Fisch gehalten? Ist das denn die Möglichkeit? Ah, ich hab den Scheiß da getroffen. Den Scheiß. Staberl-Acessoire ist das. Ist echt übel schwer, Mann. Ah. Warte. Einfach da hochklettern kann jeder eben nicht. Ja. Ja, da spring ich gut hoch. Das war da der Scheiß-Stuhl, ey. Ich bin da in dem Stuhl hängen geblieben. Scheiße. Niemand sagt, was passiert. Oh, 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 oh. Nicht gut, nicht gut. Wir müssen hier lang. Oh, war das knapp. Da, 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 da. Da packt's ja nicht, ey. Im Fass kann man nichts machen, komischerweise. So. Die Frage ist, sieht er mich? Er sieht mich nicht. Hm, hm, hm. Hm, 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 hm. Zum Glück waren wir ja überall schon. So, ich will jetzt hier irgendwie da, also da dran kann ich hier. Da ist ein wenig Sand. Und liegt seine Scheiß-Münze. Verdammte Scheiße. Was war's das? Also, wenn du einmal entdeckt wirst, kannst du fast wieder dir die Kugel in den Kopf fließen und sagen, das war's. Ich müsste euch mal angewöhnen. Jetzt sind die mehr alarmiert. Riechst das hart. Aber ich weiß, wie ich mal rankomme. Und zwar da lang. Ups, da lang. So lang. Hup, hup. Hup. Ich habe ihn träumen. Hm. Wapp, wapp, wapp. Wapp, we'll change your guard. Die Drecksau bringen wir jetzt um hier. Was darf denn was? Ah, ich hätte mich an die Wand krie... äh, äh, Dallas, oder? Schon sieht er mich nicht. Ah, ist ja cool. Die Drecksau. So sieht's aus, Kollege. Genickbruch, ole ole. Ich habe schon elf von zwanzig. So. Hm. Ich komme hier best... Ah. Ah. Da will ich nicht lang. Wo muss ich denn hin? Dreißig Meter noch. Das sei doch wohl schaffe hier. Heiltrang, den brauchen wir vorher schon mal nett. Ach, die zwei Kollegen schon bitte. Sack, das war's auch schon wieder. Äh, 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 äh. Ist das bitte? Also keine wahrhaften Aktion. Ich hätte geradeaus rüber müssen und... Also die müssten es so machen, dass man sich dann, wenn man an so einer Brüschung steht und er dann wegläuft. ist das bitte. Jetzt ist er gleich direkt hochgesprungen. Ja. A little exercise. Where are you, Hader? You nasty piece of work. Hm. So. Ei, 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 ei. Bub, bub, bub. Da hoch. Das nützt mir auch nix. Man kann da reingehen. Nützt mir das was? Da war ich vorhin drinnen. Bin zu. Was man sich so runterfallen lassen könnte. Hm. Das wäre ein Ticken einfacher. Also wenn ich jetzt so am Rand bin, dass ich mich jetzt da hinhängen kann. Und dann... Ne? Und so. Gehen wir halt doch unten lang. Ne, unten ist scheiße. Hm. Wie komme ich denn da rüber, oder? Ich gehe... Ganz, den ganz langen Weg da außen rum. Aber das scheint mir auch nicht besser zu sein. Wenn ich hier irgendwie... Wo ist die Richtung? Haben wir nicht gesehen, ey. Wenn ich irgendwie an dem vorbeikommen würde... Aber ich denke mal, der hört mich. Wenn ich da erst runterspringe, wacht der auf hier. Herr Kollege. Oder auch nicht. Können wir es natürlich auch machen. Warum so kompliziert, wenn es auch ganz einfach geht? Da oben ist eine Münze. Sehr schön. Wir kommen der Sache immer näher. Oh, ich bin am Dunkeln. Dann schallt er mich in. Du hast nichts gehört. Nichts gesehen. Ach, Gott sei Dank. Puh. So, was haben wir denn hier? Mission abgeschlossen. Okay. Alarm herausgelöst. Okay. Leichen gefunden. Eine Medaillons gesammelt. Zwölf. Ah, okay. Ah, okay. Die haben alle Medaillons gesammelt. Wie immer, wenn man die findet. 90 Fertigkeitspunkte. Ich würde sagen, hier machen wir nochmal einen Cut. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal, würde ich sagen. Tschüss, tschüss.